Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Anno 1503. Ich glaube, ich drehe nochmal den Sound etwas runter. Ich komme ein bisschen lauter so, damit man mich auch noch gut hören kann. Und wir waren stehen geblieben. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Genau, wir müssen unbedingt mehr Alkohol produzieren. Und unsere Billionz sieht nicht gerade lustig aus. Wie sieht gerade verdammt, Schieter aus? Oh, das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hoffe jetzt nicht, ich scheitere in dieser Mission. Das wäre jetzt etwas peinlich. Wir haben hier nicht mehr genügend Werkzeug. Shit. Holy shit. Kann ich mal holy shit sagen. Wirklich. Warum haben wir so viel Tabak? Hallo? Das ist viel zu viel Tabak planten. Wir haben jetzt Riesenprobleme. Ja, das kannst du laut sagen. Aber wirklich, wir haben wirklich Probleme. So. Stabilisiert sich. Gut. Gut, gut. Vier tausend nur noch. Jetzt haben wir echt ein Problem. Okay, ganz ruhig bleiben. Noch ist kein Grund zur Panik. So, erstmal ein bisschen beschleunigen. Wir müssen jetzt echt was tun. Minus sieben, minus elf. Das ist alles gar nicht gut. Warum wir werden jetzt so doll im Minus? Verstehe ich nicht. Okay, okay. Gar nicht gut. Haben wir wenigstens Werkzeug bekommen? Ja, wir haben Werkzeug. Und wir gehen noch mehr ins Minus. Okay, das reicht erstmal. Wir haben jetzt alles Werkzeug bekommen. Und das schicken wir schnell mit denen hier los. Wir brauchen jetzt alles Werkzeug, was wir haben. Wir müssen jetzt ganz schnell richtig viel Eisen handeln, damit wir wieder auf den grünen Zweig kommen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Wir kriegen das schon hin. Noch habe ich kein Bedenken. Elf Tonnen. Gut. Okay, los geht's jetzt. Gut, lad erstmal ab dein Zeug. Gut. Gut, alles kein Problem. Oder es wird bald ein Problem, sagen wir es mal so. Wir brauchen ohne Ende Eisen. Nein, als allererstes. Haben wir auch zu legen hier. So. Wir müssen richtig jetzt richtig Eisenmengen verkaufen. Sonst gehen wir echt pleite. Viertausend wieder. Puh. Und wir steigen gerade wieder auf. Ich dachte schon, das ist unser Untergang. Wir müssen jetzt ganz schnell richtig viel Eisen produzieren. Und müssen jetzt schnell für Stabilisierung sorgen. und zwar dringend. Gut. Beschleunigen wir. Hoffentlich kommt das Schiff bald an. Okay, gut. Wir haben ein Plus. Das wird aber nicht ewig halten. Wir müssen uns jetzt echt dran halten. Oh, das Plus bleibt Gott sei Dank. So lange das Plus bleibt, ist alles gut. Gut, das Schiff fährt los. Dann könnten wir jetzt... Wo ist das Kriegsschiff genau? Dann schicken wir das hier mal los. Das kommt dorthin. So. Nein, 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 nein. Wo bist du? Bleib hier, du... Nein, nein, nein. Dich wollte ich gar nicht. Oh, nee. Ich hab's voll verpasst. Okay. Ganz ruhig bleiben. Noch ist nichts verloren. Noch haben wir genügend Plus. Aber es sinkt. Also ich glaube, wir machen jetzt da dauerndhaft Eisen. Dass wir jetzt richtig was an Eisen verkaufen, dass wir jetzt erstmal ein richtiges Plus bekommen. Prima. Da ist unser Schiff. Da ist unser zweites. Das ist jetzt bloß nicht... Kein Blödsinn machen hier. Wir müssen jetzt hier richtig durchstarten. Gut. Noch ist nicht alles verloren. Noch haben wir eine Chance. Aber die müssen wir jetzt echt nutzen. So, gut. Gut. Und das hier. Und starten. Also wir müssen jetzt richtig schnell starten. Wir müssen uns jetzt irgendwie da rausholen auf den Minus. Und zwar schnellstens. Sonst haben wir echt gleich ein Riesenproblem. Okay. Bloß nicht verzweifeln. Wir kriegen das noch irgendwie hin. Ich weiß auch nicht mehr richtig wie, aber ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Gut. Hier ganz ruhig bleiben jetzt. Ich werde schon nicht pleite gehen. Aber warum haben wir denn hier so schlechte Umsätze? Kein Wunder. Wir verlieren ohne Ende an... Leute. Hier. Tabak. Das wird alles nicht mehr gewährleistet. Okay, gut. Nicht gut meine ich. Gut. Wir stellen gerade Eisen her. Na toll. Gut. Dann lagern wir hier mal ein bisschen Tabak auf. Damit die der Überproduktion aufhören, nehmen wir ein bisschen Tabak mit. Da werden wir gleich einfach was hinbauen. Und wir sind ganz schön knapp bei Tasse. Mit 2000 Goldstücken haben wir nicht mehr viel. Also wir sollten jetzt nicht verschwenderisch damit umgehen. Und Eisen kriegen wir auch kaum was ein. Okay, gut. Wir sind wirklich jetzt auf dem Tiefstand. Gut. Ruhig bleiben. Wir kriegen das schon wieder hin. Ich hoffe. Ich werde jetzt hier eine Dauerroute aufmachen. So. Sagen wir fünf Eisen. Und fünf Eisen. Nach dorthin. Coco Warner laden wir das Eisen dann aus. Dann machen wir damit ein super Geschäft. Und gucken wir jetzt mal nach. Holy shit. Wie schon gesagt. Das wird echt knapp. Wenn wir hier alles stabilisieren, können wir mehr Tabak anbauen. Können wir noch mehr Tabak produzieren. Dann müssten wir auch es hinkriegen jetzt. Los, komm schon. Beeil dich. Ach, ich bin ich Idiot. Ich habe das falsch gebaut. So. Falsch herum. Ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt hier große Auswirkungen haben wird. Ja, komm, beeil dich. Schieb mich so langsam. Ich bin jetzt etwas hektisch, weil... Wie ihr seht, sinkt unser Geld verdammt doll runter. Und ich habe jetzt nicht keinen Bock, hier voll ins Minus zu gehen. Schieb mich so langsam. Gut. Gut, gucken wir nach. Gut, wir haben einen. Gut, schicken wir den Wagen. Schicken wir das Schiff los. Gut. Wir werden das jetzt immer so machen. Wir werden jetzt schnell was losschicken. Gucken, ob wir die dann auch ruhig kriegen. Gucken wir mal. Super. Dadurch kriegen wir schon super einen Plus. Gut, dann werden wir jetzt erstmal richtig Plus anhäufen. Gut, dann wird das jetzt erstmal unsere Quelle, unsere Geldquelle. Wir müssen auf 10.000 Goldstücke hochkommen. Dann können wir weitermachen. So können wir uns dauerhaft das leisten. Perfekt. Der kann seine Truppen ausbauen und ich bekomme mein Geld. Und wir steigen auch wieder auf. Ich hoffe, das reicht jetzt. Also als Finanzspritze müsste es hoffentlich reichen. So, Schiff kommt wieder. So, gut. So, wir steigen langsam auf. Prima und verbrauchen wir die Verrückten jetzt Eisen. Dann müssen wir auch, glaube ich, gleich Holz einschneiden, ob wir genügend Eisen haben. Und müssen hier auch gleich noch eine Tabak-Farm hinbauen. Aber erstmal, wenn wir von den Schulden runter sind. Ich glaube, es ist keine gute Idee, dass wir die Schulden so gebaut haben. Tabak ist wenig, Gewürze ist verdammt wenig. Gut oder nicht gut, das ist alles gar nicht gut. Lass mich raten. Und Wolle sinkt auch schon. Nee, Wolle ist hoch genug. Toll. Ach komm. Kann ich ihn nicht erfassen? Nein, er kann ihn nicht erfassen. Super. Echt. Mega super. Hm, shit. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Wir haben nicht viel Geld. Wir können uns nichts leisten. Okay, gut. Kein Grund zur Sorge. Ich bleibe mit allem mal. Ich bleibe jetzt mal ruhig. Ich hoffe, wir können das Plus so einigermaßen halten. Gut. Sehen, 105 Tonnen haben wir noch. Hoffentlich steigt das. So, 105 Tonnen. Wir können die Ballyans halten. Noch. 103 Tonnen. Wie viel noch? Wie viel noch? Hoffentlich haben wir an Nahrung über Produktion. Bitte sagt, wir haben an Nahrung über Produktion. Gut. Nahrung können wir schon mal abstellen. Lass mich raten. Wir haben viel zu viele Tiere heute. Jupp. Habe ich mir noch gedacht. Jetzt schalten wir die hier alle ab. Erstmal. So, komplett stilllegen. So, dass wir genügend Leder produzieren können. So, dass wir genügend Leder produzieren können. Jetzt sind es nur noch 93 Tonnen. Jetzt sind es nur noch 93 Tonnen. Und können ohne Ende an Eisen produzieren. Das ist sehr gut. Wir brauchen auch ohne Ende. Steine. Hoffentlich kommen wir auf 10 Tonnen wieder hoch. Gut. Wenn sich hier die Gegend stabilisiert, dann muss ich mich auch hier rum kümmern. Gut. Wir haben nicht mehr genügend Steine. Ja, okay. Wir könnten es eventuell wieder schaffen. Aber nur eventuell könnten wir es schaffen. So. Ich hoffe jetzt nicht, das ist der Bereich, wo wir die Feuerwehr nichts tun können. Doch, sie kann was tun. Ich habe wieder eine Statue bekommen. Konnte ich hier leider wieder nicht sehen. 8000. Gut. Die Geldspritzen funktionieren. Wir kriegen genügend gut. Dann gucken wir mal, was die hier wollen. Die haben bestimmt kaum Alkohol. Lass mich raten. Null Alkohol. Wolle geht auch langsam alles runter. Gut. Nicht gut, meine ich. Gar nicht gut. Hau dich nicht.